Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, von hier hat man einen fantastischen Ausblick. Und ja, ganz eindrisch schaut das eigentlich aus. Hier sind die Windräder, die ihrem Namen keine Ehre machen. Sehr, sehr beeindruckender Ausblick von hier. Und hier zu unserer Linken befindet sich eben noch dieser sogenannte Steinbruch, der kleiner ist. Gut, und wir werden dann, wie schon vorhin angedeutet, hier runter gehen. Ende.